Der Dr. Petzold und Herr Dr. Lübbeke werden die Preise überreichen und das tun sie mit großer Freude. Beginnen mit der Siegerin. Prüfung Nummer 3, Springprüfung der Klasse S mit einem Maligen Stechen, drei Sterne. Die Siegerin, Marleen Bröggig aus den Niederlanden, gewann diesen Preis des Landkreises Cuxhaven und der Kreisparkasse Wesermünder-Hadeln mit Schennen. Bravourös eingeteilt und couragiert geritten. Das Erfolgsrezept um den großen Preis des Landkreises und der Kreisparkasse Hadeln zu gewinnen. Die Siegerzeit in 41,48 Sekunden. Wir gratulieren Marleen Bröggig aus den Niederlanden hier auf dem Dobo. Jubel und Applaus Marleen Bröggig und die Platze. Ein Riesenbild, meine Damen und Herren. Ein Riesenbild, es dauert ein Jahr, dass Sie wieder wieder in die Kultivoklasse S. Wir sind wieder in die Kultivoklasse S. Heute ist so ein schöner Tag. Schwimm, schwimm zu mir rüber und ich stehe. Nehm dich meine Hand auf dich, ich weiß, wie weit am Bad. Wir sind wieder in die Kultivoklasse S.